Mountainbike Schwarzwald, der neue Trail, Schwarzwald Trail. Dieses ganze Projekt besteht aus mehreren Abschnitten. Wir befinden uns jetzt gerade am Ausgang des ersten gebauten Abschnitts. Und zwar ist es der Alpirsbacher Schwarzwald Trail. Der Trail wurde vom Bikesportverein Sassbach-Walden ins Leben gerufen. Die ganze Strecke ist nicht wie in einem gängigen Bikepark auf einem hohen fahrtechnischen Niveau angesiedelt, sondern sie ermöglicht eben auch für die ganze Familie einen Spaß am Mountainbiken, egal welches Fahrtechniklevel ich letztendlich habe. Das bedeutet, die Strecke ist so gebaut, dass ich jedes Hindernis abrollen kann. Und dadurch haben wir es eben geschafft, dass die Strecke sowohl von fünfjährigen Kindern als auch von wirklich gestandenen Downhillern befahrbar ist und aber auch gleichzeitig jedem Spaß bringt. Wir haben wirklich ganz, ganz große, übergeordnete Ziele. Und das heißt, wir wollen die längste gebaute Mountainbike-Strecke in Europa haben hier. Wir haben in Sassbach-Walden perfekte Topographie. Das heißt, wir haben echte tausend Höhenmetern. Und wir können, wenn wir letztendlich von der Genehmigung her alles durchbekommen, können wir eine Strickenlänge von zehn Kilometer insgesamt bei echten tausend Höhenmetern bieten. Und das ist eigentlich nur bei alpinen Destinationen möglich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.